Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in den Wäldern von TheInfected. So, gestern haben wir ja hier mal dieses Wasserhaus aufgebaut oder den Wasserturm hier und den mit Strom verbunden und festgestellt, dass wir nicht genug haben. Wir müssen jetzt noch ein bisschen darauf warten, dass Aluminium angepflanzt wird, kann man das so sagen? Aluminium abgebaut wird. Ähm, ich würde heute nochmal ein bisschen was kochen. Damit würde ich jetzt anfangen wollen. Nein! Wie doof ist das denn? Aber da ist doch Wasser drin. Habe ich noch Kartoffeln? Eine. Ich hätte aber gerne zwei. Und da. Und eine Zwiebel haben wir auch noch. So. Müssen wir nur noch auf den blöden Mais warten. Und wie sieht es hier aus? Auch noch nicht fertig. Äh, schade. Dauert aber wohl nicht mehr so lange. So. Ähm, genau. Ich würde heute anfangen wollen, wenn das Gerät hier leer ist. Wenn nicht, machen wir es leer. So, komm. Ach, so geht es ja gar nicht. So, mach mal leer hier die trübe Pampe hier. Damit wir den mal aus dem Weg räumen können. Und ich würde hier meinen ersten Wachtturm aufbauen wollen. Dazu muss aber auch das Lämpchen hier kurz an die Seite. Das steht nämlich auch im Weg da. So. Genau. Müssen wir gleich ein bisschen Holz sammeln. Wie sieht es hier aus? Braucht er wieder Sprit? Jawohl. Er braucht Sprit. Jo, so langsam. Äh, hier. Mein Gott. Erstmal richtig treffen hier. Mein Gott. So langsam, aber sicher, wird es anstrengend. So, raus damit. Ähm, genau. Ich würde, oder ich hoffe, dass wir heute noch Sachen hinbekommen. So, ja. So, wann brauchen wir? Vier Holzscheite, sechs Bretter. Würde ich mal eben, ähm, Holz holen gehen. Und wir brauchen sowieso ein bisschen mehr. Wir haben nämlich nichts mehr. Ja, Bretter hätten wir noch ein paar. Aber insgesamt brauchen wir ja Holz. Sehr wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. So. Also, ich würde jetzt mal eben zwei, drei Karren holen wollen. Genau, den Zaun baue ich erst um, wenn die Wembinacht heute Abend vorbei ist. Weil, äh, ist ja Blödsinn, da vorher irgendwelche Lücken zu machen. Dann haben wir nämlich mehr Zeit, den wieder zuzumachen. So, das Gelände weiter einzuzäunen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen schon mal mit dem Wachtturm an, bis wir mit dem Strom weitermachen können. Ja. Und dann müssen wir aber auch schnell weiter zusehen. Deswegen will ich auf jeden Fall noch einen zweiten Aluminium-Dingens haben. Aber erst mal Wembi. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, ein Treffer. Zack. Seile. Naja. Kann man auch gebrauchen. Fahr das Ding mal hier aus dem Weg. Die ersten drei kann ich hier schon mal reinbringen. Fehlt noch einer. Zack. Machen wir mit der nächsten Fuhre klar. Äh, nehmen wir den hier. Da können wir auch da reinfahren, ey. Das ist ja auch Blödsinn immer, ne? Was ich hier mache. Dieses Rumgekurve. Wir wollen doch effizient sein. Aber trinken müsst ihr gleich. Da könnte ich nämlich mal eben am Feuer halten. Halt. Wir brauchen noch einen. Keine Wege umsonst machen, bitte. Keine Leer- oder Halbfahrten. Ach, jetzt muss ich den scheiß Zaun hier, äh, die scheiß Spitzfalle erstmal an die Seite räumen. Sonst kommen wir hier nämlich gar nicht rein. So. Jetzt kümmere ich mal eben um Wasser. Ja, bin ja schon dabei. So. Feuer. Kriegen wir sofort. Ähm, hier. Ach ja. Ey. Falsches Gestell, Junge. So. Sechs Bretter kann er schon mal mitnehmen hier. Vier. Fünf. Sechs. Dann gucken, ob der Mais jetzt endlich durch ist. Jawohl. Zack. Die Melone. Ach, Mist. Schitte. Ja, eine kriegen wir vielleicht rein. So gerade eben. Das ist jetzt blöd, ne? Ja. So, pack die eben drüber hier. Und da die hier nicht auf dem Boden rumliegen. Die hole ich sofort. Trinken dürfte fertig sein. Jupp. So, gib her. Trinken. Ne, nicht trinken. Hier. Kochen. So, dann machen wir nochmal eben Gemüsesalat fertig hier. Eins, zwei, drei. Und ein Döschen. Ach. Ja. Wäre jetzt auch egal gewesen. Eins, zwei, drei. Herstellen. Dann kann ich mal eins essen. Damit wir wieder Platz haben. So, dann kann ich mich hier dem Gemüse widmen. So. Äh. Äh. Nichts Platz. Boah. Das ist doch ätzend hier mit dem Platz. Warum wird denn der Rucksack hier nie größer? Warte. Den rüber. Den rüber. Den rüber. Und den in den Tisch. Dann machen wir uns noch ein bisschen was Kohlenhydrate reiches fertig. Ne. Nicht zwei. Quatsch. Einen nur herstellen. Einen nur herstellen. Und hier geht's los. So, Spikes und so hatte ich ja gestern alles schon repariert. Zack. Letzte Dose hergestellt. Werte sind aber soweit in Ordnung. Ach. Kommt hier eine Kartoffel, bevor die wieder zu Biomüll wird. Und braten wir uns die. Ja. Pilze kannst du nicht anbraten, ne? Nö. Schade, schade. Ähm. Ja, komm. Da rennt irgendwo noch die Hirsch rum. Halb zehn. Da würde ich sagen, wir machen hier mal eben alles dicht. So, klar, der erste Turm ist für diese Horde Nacht noch nicht fertig. Aber das ist jetzt nicht verwunderlich. In der Hoffnung, dass er zur nächsten Horde Nacht dann fertig ist. Weil, wenn wirklich immer einer mehr kommt, haben wir jetzt schon elf Wambis. Die wir jetzt vielleicht noch so kriegen. Vielleicht. So. Dann, wie sieht es um unsere Werte bestellt aus? Recht gut. Dünn schließen. Schlafen. Ähm. Warte mal. Pfeile? Acht Stück? Oha. Ähm. Noch mal ein paar Pfeile machen hier, wa? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Och, ne. Ernsthaft? Wieso bin ich immer so vollgepackt? Das gibt's doch alles nicht, ey. Das gibt's doch alles nicht, ey. Geben, die weg. Oh. Wann hab ich denn hier noch in der Tasche, was nicht mitgeschleppt werden muss? Die Dinger. Die Dinger kurz hier zwischenlagern. Und diese scheiß Rindenmulch, ne? Das Zeug, das kostet Energie. Hier, ab ins Feuer. Äh, da mit rein. Die Kartoffeln raus, Feuer aus. Jep. Ach, kann sich ja nur immer um Stunden handeln, hier, ne? So, das sollte erst mal reichen. Äh, und die Federn wieder zurück. Und dann müssten wir es doch haben. Ähm, hier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, Mann. Wenn man's eilig hat, ne? So, fünf hergestellt. Da hab ich nochmal eben vier Steinchen hier. Das nervt jetzt ja. Aber der Heroin kann gut springen, ne? Eins, zwei, drei, vier. Und die Tür zu. Nicht, dass irgendein Wemby auf blöde Ideen kommt. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, hier. Eins, zwei, drei, vier. Und die fünf. Und hier nochmal dasselbe Spiel. Haben wir zehn Pfeile. Bänder weg, äh, Seile weg. Pfeile hier in Köcher. Die Stöcke wieder weggepackt. Und dann versuchen wir es nochmal mit schlafen. Jetzt haben wir aber alles. Ach, jetzt. Ach, gut. Dann ist Wemby Nacht erst morgen. Ja, egal. Dann haben wir sogar einen Turm fertig vielleicht bis dahin. Cool. Jetzt hab ich mich echt vertan. Irgendwie war ich eine Nacht zu früh. So. Hier ist so ne halbe. Innenholzband halb. Ja, da. Ne, hier. Halbholzband. Cool. Also, wir brauchen erstmal. Brauche ich eine Tür? Hier eigentlich nicht, ne? So was wie eine Leiter gab es ja nicht, oder? Äh, keine Treppe. Nur Treppe. Dann nehmen wir die. Die geht dann da hoch. Okay. Aber wir schauen mal. Kriegen wir. Jetzt machen wir erstmal ordentlich Holzscheite hier. Dieser blöde Hirsch nervt auch ein bisschen rum, ne? Bretter brauchen wir auch noch. Heißt, wir müssen auf jeden Fall noch gleich mal was essen. So, lassen wir mal was essen hier. So, lassen wir mal was essen hier. Ja, eine hiervon. Eine hiervon. Zwei Stück Fleisch. Äh, das ist immer so komisch, ne? So, dann geht's uns richtig gut. Und, jo, perfekte Werte hier. Echt, ne? Das ist gut. Mehlholz, Mehlholz. Oh, Junge. Äh, Alter. Was soll denn der Scheiß? Bist du doof, oder was? Und wieso haust du eigentlich ab, du Sack? Willst du mir noch mehr kaputt machen, ne? Ja, siehst du, der Penner, ey. Hab ich doch gerade erst aufgebaut, du blöde Sau. Mann. Ah, jetzt muss ich mich da gleich schon wieder drum kümmern. Ah, so Gülchen können wir zwischendurch immer mal essen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchten Holz, ne? So, den Bären, den müssen wir auch mal. Achso, doch nur drei. Und dann mal gucken. 16 Bretter. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn, elf, zwölf, dreizehn. Vierzehn, fünftzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Also drei Bretter noch, ne? Eins, zwei, drei. Wir haben sechzehn, ja, genau. So, dann hier. Ah, hier fehlen noch Holzschneide. Okay, kriegen wir gleich, kriegen wir gleich. Oh, ist das laut. Gerade mal gemerkt. Ich hab's ein bisschen laut aufgedreht, du. Ja, das ist, wenn hier keine Musik läuft, ne? Das ist das einzige, was an dem Spiel auf jeden Fall noch, oder eines der Dinge, die an dem Spiel auf jeden Fall auch noch fehlen. Büschen Musik, ne? Jetzt bin ich mal kurz gespannt. Holztreppe rechts. Die braucht nämlich ein Fundament. Richtig? Richtig. Ähm, ja. Hier siehst du ja. Da würde er sie bauen, aber ich brauche die ja hier draußen. Ähm, das ist doof. Und die andere Treppe braucht wahrscheinlich genauso ein Fundament, richtig? Richtig. Heißt, wir bauen erstmal noch ein Fundament. Mist. Passt mir zwar eigentlich gar nicht, aber nützt ja nichts, ne? Eins. Na? So. Und du brauchst aber vier, ne? Ja, genau. Heißt, wir müssen eh noch Holz fahren. Holen. Und dann machen wir hier. Den wieder an die Seite. Und Holz holen. Schubidubidubidubidubidubidubidubidubidubidub. Ja, das wird herrlich. Hier der erste Wachturm. da bin ich mal gespannt jetzt habe ich auch noch nie versucht so was was bringt ob das sinn macht vielleicht log ich die nämlich dann an diese seite auch durch auf dem wachdruck stehe und kann die dadurch viel besser greifen also erschießen ist aber alles nur eine vermutung das blöde ist der wachdruck muss da stehen weil man ja die wände nicht was tun kann das wäre ja auch ein bisschen du kannst alles mit n verschieben nur die wände nicht ich meine dass das in der version 3 damals noch ging das fand ich irgendwie besser ja im echten leben reißen die wand aber auch ein dann ist halt so ne so sechs bretter glaube ich oder 123 den tisch wollte ich immer noch mal vorziehen wenn der gleich fertig ist und ausgewandt ist dann ziehe ich den mal eben vor das sieht blöd aus so das nervt mich jedes mal wenn ich den tisch hier so ist doch besser ne ja steht auch besser nach flucht so retter soll ich bin noch haben jawohl so jetzt kann ich mal gucken welche treppe am besten passt wie müsste es sein so und dann hier noch eine kleine treppe vor und dann verbauen wir uns den weg hier und wenn ich dann wieder weg nehme und wenn ich mir jetzt eine große treppe hin baue macht das doch gleich viel mehr sinn oder nicht ach so kurz gucken ja und hier dann eine kleine davor warum kann er die da nicht setzen weil die lampe im weg steht gut geringste problem ja die lampe einmal umgestellt ist jetzt nicht so schwierig ja guck geht doch ja und dann können wir da hoch sehr gut ja geile sache hier hoch und brauchen wir denn wir brauchen bretter bretter und holzscheite baller mal eben hier die dinge alle durch so ich komm noch her manu du machst nur alles kaputt so dann lass mal gucken hier noch mal ein paar bäumchen fällen dieser blöde hirsch mein Gott nimm das doch auf hier verflixt noch eins und zugenäht ja auf jeden fall habe ich hier gerade echt voll bock auf die bauerei wenn wir dann vor der nächsten folge hole ich dann das aluminium aus der höhle und dann schauen wir doch mal so da ist genug drin wie viel braucht man hier vier das können wir ja direkt machen dann habe ich jetzt gesagt hier kommen sechs und hier vier bretter also zehn bretter eins habe ich noch zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn jawohl so so dann hier oben noch natürlich eine decke drauf ist klar decken zack jo drei holzscheite vier bretter da müssen wir nochmal los mal erstmal eben nur die zwei hier durch 1 2 3 4 ich kann ja nur drei tragen so ja hier just in time compilation nennt man sowas ähm nein oh nicht den auch noch hoffe dann reicht aber ich glaube vier waren es und fünf habe ich ne so fertig so dann muss ich noch mal gucken ach guck da ist noch ein brett über wände halbwand ja hier wäre jetzt cool wenn man so eine halbwand mit tür hätte ne aber machen wir eine ganze tür raus das ist ja egal hier oder warte mal gucken und dann kommt hier oben decke drüber schauen wir mal ob es geht ähm hier ähm hier hier brauche ich auch gar keine tür rein aber das funktioniert so schon mal ne und dann könnte ich wenn ich jetzt hier ne ne das ist murks das ist ja blöd die ist viel zu hoch die ist viel zu hoch dann kann das alles weg jup 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 da muss halt man hier so gehen ohe oha oha naja dann ist halt mal eine andere art von wachturm ja schade eigentlich ne und diese innenholzwand kann ich die setzen die ist von der höhe her genauso bescheiden ja schade eine halbe wand hätte ich mir auch so auf bauchhöhe vorgestellt so dass ich drüber mal gucken kann aber die ist ja relationstechnisch schon wieder total kacke ist die wand jetzt schon größer also jetzt schon fast so groß wie ich ne eine halbe wand 1,80 heißt es die ganz schön hohe wand das ist doof aber nicht zu ändern da müssen wir mit leben da hinten rennen Marder rum oder also so ein Waschbär nicht Marder könnte wohl sein ja aber von hier aus und dann schießen und so wenn ich mich nicht zu sehr bewege kann auch nicht runterfallen es ist irgendwie blöd dass man nicht so ach hier gibt es doch Brüstungen Idiot so was heißt denn Holzbrüstung klein aha nee krass dann doch diese ah ah gucke ja ja so geht es doch etwa dann noch halb offen ah gucke mal einer an ja mega genau so das habe ich mir gewünscht gut 4 6 8 Holzscheite na gut einer fliegt ja hier noch irgendwo rum ne da auch aber nur noch 7 ah das ist doch mega nice so ne ja das ist ja richtig geil genau so habe ich mir das vorgestellt und genau so kriege ich's ja ja nice da brauche ich kein Dach drüber oder ich weiß nicht da muss ich ja Holzflöcke bauen und ja das ist eh schon so eine Ressourcenschlag hier was halbe Stunde schon um krass ja den bauen wir jetzt noch eben fertig ne auf jeden Fall ich bin am überlegen ob ich mir hier nicht einfach mal eine alte nicht mechanische Tastatur hinlege für spielen ist die vielleicht echt besser ne wegen der Geräuschkulisse diese mechanischen sind ja gut aber doch sehr laut die Christa auch nicht rausgefiltert deswegen hörte ich mich die Tage auch immer so abgehackt an weil ich einfach äh so hoch gefiltert hatte dass er meine Stimme auch mit rausgeschnitten hat das ist ja auch Blödsinn ne ich hab's jetzt mal ein bisschen weniger empfinde ach guck mal hier ein Testobjekt wie cool ja hä 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 hat jetzt ist der Bogen am Arsch scheiße ist mein Bogen kaputt gegangen ei 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 aber ja aber der hat doch geschrien als wenn der stirbt wieso war der dann nicht tot und wieso geht mir der blöde Bogen kaputt was brauche ich denn dafür ein Seil und ein drei Stöcker oder so ne äh da drei Seile ein Stock äh schuldigung ja drei Seile zack eins zwei drei zack zack so dann haben wir aber für die Hornenacht gut aber der Pfeil ist auch schon wieder kaputt ne blöder Mist aber ja ich kann nicht runterfallen ja triffst du nicht gibt es überhaupt Fallschaden hier mein muss ja eigentlich ne weil ähm es gibt ja diese Schiene siehste aber der zweite Pfeil ist auch kaputt gegangen ne aber die schießen schön weit ja 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 weißt du war es ja nur ein Test renn du nur so das haben wir das haben wir das haben wir das ist so fertig ja so wollte ich es haben genau so genau so ich habe ein bisschen mehr Überblick so selbiges kommt nochmal auf die andere Seite und nach dahin und da hinten irgendwo hin das dauert aber noch ja aber hier ist der Wasserturm ne ja wir müssen ja eh noch weiter ausbauen dann würde ich sagen kommt noch einer hinterher hier hinter ja da gewinnen wir ja nochmal ein bisschen Platz dann kommt noch einer hier hinter aufgebaut also da so hier so hin in den Bereich dann nochmal einen hier ans Ende die Werkstatt kommt ja eh auf diese Seite genau jetzt wollte ich mal gucken wofür brauche ich eigentlich diese verbesserte Säge da verbesserte Werkbank was genau macht die wofür brauche ich die das wollte ich schon immer mal rausfinden aber wahrscheinlich hier ne verbesserte Werkbank für mechanische Teile und so alles klar ja 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 und dann gab es nochmal gab es nicht noch diesen Kreissägetisch ja was brauche ich denn dafür der macht doch auch nur Holz ne kann durchfällen da Bretter werden auf dem Sägetisch hergestellt den Rucksack verstaut also achtet auf genügend Platz darin zu haben ähm hm dieser Sägetisch was mache ich damit hm hm ja ok ja ok das war es dann erstmal für heute ich hoffe dass euch der Aufbau des Wachtungs hier gefallen hat und wenn ja dann zeigt es mir noch mit dem Daumen nach oben wenn euch interessiert wie die Reise auf diesem Kanal weiter geht dann abonniert ihn euch schaut euch auch gerne die nachfolgende äh ähm das nachfolgende Spiel Hydromier an ähm ja ja ansonsten lasst mir gerne eure Kommentare da würde ich mich sehr drüber freuen ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen Abend bis dahin ciao